Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo kamen, es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drinstehen. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Wir ziehen eine Grenze im Himmel, ein Gott ist hier und einer ist dort. Da drohen sie sich mit den Fäusten in Ewigkeit und sofort. Da muss es was Besseres geben, Frieden bringt kein Götterboten. Wir haben's ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht, es gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal, aber ich finde es reicht. Ich suche das Land in dem jeder, dem anderen, in Staatsunangehörigkeit gleich. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drinstehen. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Ich schließe die Tür und genieße die Stille, ich grenze mich ab, das muss sein. Jeder hat seine Grenze, die ihn umgibt, sie schließt ihn schützend ein. Jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen. Nicht das Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt, es gibt Grenzen. Es ist so schön, dass du da bist. Was für eine Demo, was für ein Tag, ich kann es einfach nur nochmal sagen. Aber das haben alle schon gesagt, es wurden schon sehr gute Reden gehalten. Ich habe gestern ganz viel vorbereitet, was ich gerne sagen würde und habe gedacht, nein, ich lasse das, es wurde schon sehr viel, sehr gut gesagt. Kannst du ein bisschen weniger Gitarre auf dem Monitor? Ich bin nicht mehr Gitarre auf dem tiefen Menschenrechten. Ich bin nicht mehr Gitarre auf dem Monitor. Untertitelung des ZDF, 2020